Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Part von The Walking Dead. Ja, wir werden gleich hier weiter starten. Wir wissen ja, es gab hier gleich wieder eine Videosequenz und schauen mal, was uns im heutigen Part erwartet. Hey, I'm talking to you. What? It? It's what? What do you mean what? The place you're fucking taking us. Arvo, that's not what you're taking us to, right? How much further is the house you were talking about? Answer her, goddammit. It's still more walk, some more hours. Goddammit, I knew this was gonna happen. This guy fucked us. Thank you. Don't mention it. It's getting dark. Maybe we should stop for the night. This is bullshit. Relax. Don't tell me to relax. He's lying. He's been lying this whole time. Luke needs a break. We probably all do. Look, I'll do whatever you guys want, okay? But I could use the rest. It'd be safer to rest in there, where there's a fence. Can we just try and have a calm, quiet night? Please. That sounds nice. Yeah. Yeah, it does. Oh, shit. Sorry about that. It's alright, buddy. It's alright. If we're staying, we should scout this place out. Alright. Y'all wait here. I'll go make sure this ain't some walker nest we're locking ourselves into. Die Frage stellt sich immer noch, was machen die Winkel technisch und essenstechnisch mit dem Kind? Shh. It's okay. It's okay. You're a natural. I think he likes you. Calmed right down for you. He's cute. Yeah. He is, isn't he? Most babies are pretty ugly this soon after being born. That's true. They usually look like weird little aliens. Here. I got them. Come on over. It's safe. Ja, die Leute in den Kommentaren hatten wohl recht, dass man Abo wahrscheinlich gar nicht wirklich trauen kann, dass er was vorhaben wird. Und ja, das wird er wohl vermutlich. Oh, weia. Immerhin haben sie Holz gefunden. Today's my birthday. Near as I can tell, at least. Well, happy birthday, Luke. Yeah, man. Happy birthday. How can you even tell? Been keeping track of the days. Been a few times I wasn't sure I'd see my next birthday. Well, you did it. Guess that's, uh, worth celebrating. So, that makes you, what, 27? That's, that's right. I'm surprised you remembered. Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. Got out of college five years ago. Feels like a million years. At least I don't have to worry about paying off them student loans or- I hear that. I'm sure there's some asshole sitting on that paperwork, waiting to collect. What did you study? Majored in art history. Well, that's cool. Sounds like you majored in working in a coffee shop, pretty much. Oh, stop it. Did you get a minor in agriculture? Keep the old man happy. Oh, I almost forgot. We're saving it for a special occasion, and while it being your birthday and all, figure, this is as good a time as any. Where did you get it? Bill kept all the alcohol in the armory. He didn't like people imbibing. What's that mean? Drinking. He, he didn't think people should drink. Feel a little guilty taking the first, uh- Whoa, wait! You gotta make a toast. I'm not really the, uh- Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. Ahem. Ahem. To the loved ones that we've lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Hear, hear. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. That was- Well, I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. We can't be too careful. Come on, Kenny. At least have a drink. Nah, maybe later. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler, holler if you need anything. And then you just take the baby with it. That's such a good idea. I don't know what she's getting out of all this. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that explained a few things. Oh, come on. I'm just teasing. It was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and guts. I don't know. Guess I just wanted to forget about all this shit for like ten minutes. Ten minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey. All right. All right. It wasn't ten minutes. Come on. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. I know what you guys are talking about. Ah, certainly hope not. You're talking about kissing stuff. Uh, yeah. Yes, yes. That, that is exactly it. Was there any kissing? You shut your mouth right now. Ha, 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 ha. Oh, weia. Das sind ja welche. Aber finde ich interessant, dass sie sowas echt eingebaut hatten. Dass die beiden da einfach mal eben was gehabt haben. Maybe she came back for you. Could be. I don't know what to say to that. I don't know. Maybe she likes him? No, I think we could bet on that. Because you see here. Luke's a regular cast of no. Hey, shut up. Don't be modest. Your moves are working on all the ladies. Worked on me. Oh, shit. I just did it too, didn't I? Hmm, no, I still. Sorry. It's the drink talking. They say a drunk man's talk is a sober man's talk. Well, I ain't a man. So they can take that shit somewhere else. Siehen alle momentan gerade ein bisschen glücklich aus. Okay. Dann werden wir doch da jetzt einfach mal hingehen und mit Jane reden. Rum anbieten. Das ist rum. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Sekt. Das ist rum. Du sollst ja nicht saufen, du sollst nur einen Schluck trinken. Es ist einfach. Die Leute lieben es schwerer als es muss sein. Warum fühlt sich das, als ich ein Kontrakt oder was? Das ist wirklich gut. Hast du einen? Willst du sitze? Das ist okay. Uh, ich bin ein Kind. Uh, okay, dann. Ich war nicht so viel älter als du, als ich mein erstes Drink hatte. Oh Gott, ich war so stupend dann. Es gab diese Zeit, ich brachte in meine Eltern's Licker Cabin und trank eine ganze Brille von diesem wirklich süß, süß Licker. Oh, was es Name? Das ist dumm. Earthquake, oder so. Sieht so, dass du ein schlechtes Kind bist. Ich glaube, ich war. Auf der Grund der Brille waren diese Zucker-Krystall. Und ich habe es in meinem Kopf, dass ich wirklich wollte ein paar. Sollte ich die heiße, um es auf meine Eltern zu spüren, um sie zu spüren, um sie zu spüren. Oh. Und es hat sich in ein Tausend Plänen zu spüren. Hast du niemals getrennt? Ja. Das Problem mit den Augen ist, es sieht ein bisschen wie Zucker-Krystall. Oh, das ist nie wirklich ein Problem für mich. Ich habe diese Antwort mit dem, ich bin ein Kind eigentlich nur deswegen genommen, weil ich schauen wollte, wie der Spiel entscheiden möchte, ob ich trinken soll oder nicht. Oh, sehr schön. Allerdings, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Spiel so darstellt, wie wenn der Drink alles leichter machen würde. Wenn man einfach mal eben ein, zwei Schlücke trinkt. Nein. Das ist... Ich bin okay. Oh, ja. Okay. Wherever du bist. Ich vermisse die TV. Es fühlt sich wie immer, seit wir Elektrizität hatten. Wird ja interessieren, wenn die jetzt einen Fernseher nehmen würden, nehmen würden, ob die dann ein Fernsehprogramm empfangen würden. Ob es denn sowas überhaupt noch gibt. Ach, Kenny. Komm, wir unterhalten uns jetzt mal mit ihm. Da, 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 little guy. Shh. Shh. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Hey. Oh, hey, Clam. Ich habe nur noch ein bisschen air. Kenny, es gibt air überall. Ich bin sorry für wie ich da war, nachdem Sarita war. Ich konnte es nicht so machen. Ich bin sorry. Ich meine, du hast was du, was du kannst. Du hast versucht, und ich schulde dich für das. Ich bin so, so sorry. Du hast wirklich schulden meine Gefühle. Ich habe mein Bestes gemacht. Ich weiß. Ich war einfach in der Schmerzen. Und du hast mit ein wenig Licht gegeben. Aber ich dachte, ich muss da bleiben, ein bisschen länger. Und ich sollte mit dir gehen. Okay. Ich liebe mein Junge. Ich liebe ihn so viel. Ich habe ihn nicht so, wie ich sollte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht da. Ein paar Jahre lang. Auf auf einem Boot, irgendwoher oder andere. Ich denke, ich habe das Zeit, von ihnen zu entfernen. Von meiner Familie. Aber ich würde nichts geben für eine andere Sekunde mit ihnen. Um zu spielen mit Doug. Um zu touchieren, Katja. Vielleicht wird sie wieder sehen, in einem Tag. Na gut, von hier an, ich werde versuchen, das auch zu glauben. Es wird anders sein mit ihm. Er wird richtig sein. Ich werde nicht die gleiche Fehler machen. Ich habe das Bibi doch auch. Ja, geht doch. Geht doch. Dann haben wir sie sogar alle jetzt überzeugt, was sie mit zum Feuer kommen sollen. Das ist doch schön. Das ist doch wundervoll. Dann setzen wir uns auch dazu. Eine schöne kleine Runde. Aber was ist mit Abo? Alkohol hilft. Es tut mir ja schon hier bevordet Ich habe gesagt, dass meine Liebe ist. Ich glaube nicht, dass dieser Mann eine schlechte Person ist. Ich glaube nur, dass die guten Menschen manchmal schlecht machen. Und sie machen es viel mehr heute Morgen, mit dem Weltkrieg zu sein. Also, ich glaube, es ist besser... Leave mich allein! Entschuldigung, okay? Das ist meine Schuld. Leave mich allein! Keine, nein! Entschuldigung, bitte! Es geht nicht, es geht nicht, sie ist in einem besseren Platz. Es ist okay, es geht nicht. Es geht nicht, es geht nicht. Vielleicht ist es besser, wenn wir alle ein paar Reste machen. Wer weiß, wie lange ein Fahrrad haben wir morgen. Aber warum immer mit dem Beepi vom Feuer weg? Lange hat es nicht angehalten. Leider. Aber immerhin. Ring of Frost, okay. Ist die Abo jetzt noch dabei? Close. Very close. You've been saying that every time I ask. Please. I'm really starting to think, careful as shit. I can't be much further. Kenny, look out! What the fuck? Kenny! Jesus Christ! That was close. Fucker came out of nowhere. That was real loud. Hopefully there aren't more of them. Yeah, well, let's move. We don't want to be around to find out. He's very close. Come on. I don't know. Also, mittlerweile traue ich Abo auch nicht mehr wirklich, weil seine Reaktionen und wie wir mit ihm umgehen. Wieso sollte er das jetzt noch machen? Also, wenn man da nicht was irgendwie machen könnte. Weiß nicht, ob das genug gefallen ist. Maybe there's a way around. I don't see any. Można iddi. Tamzlörde wird. Say it, an American asshole. It's okay. Walk. Ice. No shit ice. That's the problem. He's saying it's fine. Maybe we shouldn't come together. We just can't have too much weight. Ich habe die schlimme Befürchtung, dass wir jetzt gleich wieder Entscheidungen treffen dürfen. Ich dachte, wir gehen nicht alle auf einmal. Dachte ich. Okay, es knackt auf alle Fälle das Eis. Das heißt, so dick kann es nicht sein. Es würde es nicht knacken. Okay. Okay. Naja, sie gehen weiter auseinander, aber immer noch weit genug zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Oh shit. Das ist nicht gut. Aber er hat immer was vor. Was macht er? Oh fuck. Aber warum ist Abo jetzt gelaufen? Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Leg dich doch auf den Boden. Auf den Boden legen. Das lernt man doch. Das sieht man da an in allen und in Sendungen. Nein, ich denke, wir sollten helfen. Die anderen können doch... Die andere kann doch die erschießen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich habe dich. Please. Es wird alles gut sein. Oh, oh. Oh. Oh shit. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ja, da kommen wir nicht raus. Das ist Eis. Das ist... Wie sollen wir das denn schaffen? Alleine unter Wasser. Das schaffen wir doch nicht. Luke. Oh scheiße. Nein. 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 Aber... Wie schafft der Walker, dass er den einfach nach unten zieht? Okay, I got you. I got you. Come on. Come on. You're gonna be okay. Go. To the house. We need a fire. Oh fuck. She's gonna fucking freeze to death. Oh wow. How the fuck did that happen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie das passieren konnte. Die Frage ist, wenn wir ihn ersch... Wenn wir die... Wenn wir geschossen hätten und in Deckung gegeben hätten, hätten wir es dann geschafft? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist teilweise so mein Fakt. Das ist der Wahnsinn. Ja, wir haben viel erlebt, wieder viel mitbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.